Herzlich willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet. In diesem Video werden wir weiter über Gitterfehler sprechen und lernen, welchen erheblichen Einfluss diese auf die Eigenschaften der Werkstoffe haben. Als eindimensionale Gitterfehler treten Versetzungen auf, von denen es zwei verschiedene Typen gibt. Stufenversetzungen und Schraubenversetzungen. Eine Stufenversetzung kann man sich als eingeschobene Kristallebene und eine Schraubenversetzung eher wie eine Umdrehung bei einer Wendeltreppe vorstellen. Häufig treten Versetzungen auch nicht als reine Stufen- oder Schraubenversetzungen, sondern als Kombination beider Typen auf. Die Länge der Versetzungslinien pro Volumeneinheit, also die Versetzungsdichte, kann vor allem durch plastische Verformung deutlich erhöht werden. Während die Versetzungsdichte für ein unverformtes Metallgitter noch bei ca. 1 km³ liegt, so kann diese durch Kaltverformung bis auf 10.000 km³ ansteigen. In Bild A ist ein Schnitt durch ein unverformtes fehlerfreies Kristallgitter dargestellt. Unter Einwirkung einer äußeren Kraft F werden die Atome leicht aus ihrer Ruhelage verschoben. Würde die Kraft zurückgefahren, verhielte sich der Werkstoff rein elastisch. Das heißt, das Kristallgitter wird in seine Ausgangslage zurückgehen. Wird die Kraft über einen materialspezifischen Wert hinaus erhöht, so gleiten dichtest gepackte Gleitebenen durch Versetzungsbewegungen übereinander ab. Das ist das, was Sie sehen in den Bildern C bis F. Sodass das Material nach Entlastung zwar wieder einen elastischen Anteil zeigt, durch das Abgleiten jedoch auch ein erheblicher plastischer, also bleibend deformierter Anteil hinzugekommen ist. Aufgrund der plastischen Verformung durch Versetzungsbewegungen ist der Kraftaufwand zur Verschiebung von Gitterebenen relativ gering. Ganz gut erklärt dieses Phänomen das Teppichmodell für die Verformung durch Versetzungsbewegung. Jeder weiß, dass es deutlich weniger Kraft kostet, eine Falte durch einen Teppich zu schieben, als ihn als Ganzes zu verschieben. Dieser geringe Kraftaufwand bei plastischer Verformung durch Versetzungsbewegungen ist die Begründung für die gute plastische Verformbarkeit metallischer Werkstoffe. Die bei der Kaltverformung entstehenden Versetzungen und die damit ansteigende Versetzungsdichte bewirken eine Verfestigung des Werkstoffs, da sich die Versetzungen im immer höheren Maße gegenseitig behindern. Die gegenseitige Beeinflussung der Versetzungen erfordert zu ihrer Bewegung und Erzeugung eine stetige Erhöhung der Spannungen. Der Widerstand gegen die plastische Verformung steigt, das Material verfestigt sich, wird aber auch gleichzeitig spröde und bricht irgendwann. Diese Grafik zeigt die mit steigendem Abfallsgrad ansteigende Streckgrenze RP0,2 und Zugfestigkeit RM bei gleichzeitig sinkender Bruchdehnung, hier A5,65. Das heißt, der Werkstoff verfestigt sich bei gleichzeitiger Versprödung. Da die elastische Verformung primär von den Bindungskräften der jeweiligen Metallbindung beeinflusst wird und weniger von der Versetzungsdichte, wird auch der Elastizitätsmodul E nur unwesentlich vom Verformungsgrad abhängen. All diese Materialkennwerte, RP0,2, RM, A5,65 und E werden wir im Zugversuch ermitteln. Über die wichtigsten Grundlagen zum Zugversuch werden wir im nächsten Video sprechen. Ein durch Kaltverformung verfestigter Werkstoff kann durch Auslagerungen bei höheren Temperaturen wieder entfestigt werden, indem sich die Versetzungsdichte abbaut. Diese Grafik zeigt, wie bei einem Werkstoff mit einem Abfallsgrad von 50% mit steigender Temperatur die Festigkeit wieder sinkt, während die Dehnbarkeit zunimmt. Diesen Vorgang der Rekristallisation werden wir im Kapitel Wärmebehandlung der Stähle noch genauer kennenlernen. Ist ein Atom in einem idealen fehlerfreien Kristallgitter eingebunden, so befindet es sich in seiner Gleichgewichtslage. Jeder nulldimensionale Gitterfehler bewirkt eine Auslenkung aus der Gleichgewichtslage. Aber auch wenn ein Atom nicht von allen Seiten den gleichen Krafteinwirkungen ausgesetzt ist, wie dies in der Umgebung von Versetzungen oder an der Oberfläche eines Kristalls der Fall ist, befinden sich die Atome nicht mehr in der Gleichgewichtslage und nehmen einen höheren Energieinhalt an. Im zweiten Fall spricht man von der Oberflächenenergie. Da sich die Krafteinwirkungen von Versetzungen auch untereinander beeinflussen, kann es als Folge zu einer einer Aneinanderkettung von Stufenversetzungen und damit zur Ausbildung eines flächenhaften Gitterfehlers kommen. Man spricht in solchen Fällen von einer Kleinwinkelkorngrenze, da Gitterebenen entstehen, die nur kleiner 15 Grad zueinander gekippt stehen. Je größer der Abstand der Versetzungen ist, desto kleiner ist der Kippwinkel und umso geringer der Energieinhalt. Bei der Kristallisation einer metallischen Schmelze entsteht natürlich gleichzeitig eine Vielzahl von Kristallen, die voneinander unabhängig Orientierungen ihres Kristallgitters im Raum haben. Stoßen die Wachstumsfronten dieser Kristalle aufeinander, so sind die Winkel der Kristalle untereinander zumeist größer als 15 Grad. Den auf diese Weise entstandenen flächenhaften Gitterfehler nennt man Großwinkelkorngrenzen. Durch den hohen Energieinhalt der Großwinkelkorngrenzen ergeben sich höhere Festigkeitskennwerte für Werkstoffe mit feinkörnigen Gefüge. Anders als bei der Kaltverfestigung, durch das Einbringen von Versetzungen mittels plastischer Verformung wird die Zähigkeit des Werkstoffs in aller Regel allerdings verbessert und nicht verschlechtert. Neben den beiden vorrangig vorherrschenden zweidimensionalen Gitterfehlern der Klein- und der Großwinkelkorngrenze gibt es eine Reihe von Sonderfällen. Hier sind besonders die Zwillingsgrenzen zu erwähnen, die dann entstehen, wenn die Kristalle, die durch sie getrennt werden, spiegelsymmetrisch angeordnet sind. Zwillingsgrenzen besitzen einen sehr geringen Energieinhalt und finden sich vorwiegend innerhalb eines Quorns. Typisch sind Zwillingsgrenzen vor allem für austenitische Nichtrostestähle, die uns noch häufiger beschäftigen werden. Volumenfehler, auch Inklusion genannt, entstehen durch gasförmige, flüssige oder feste Fremdphasen und liegen im Inneren des Kristalls vor. Man unterscheidet zwischen Poren, Einschlüssen und Ausscheidungen. Poren sind einfach Hohlräume im Kristall, die mit Gas oder Flüssigkeit gefüllt sind, während feste Fremdphasen als Einschlüsse bezeichnet werden. Sonderfälle des Einschlusses sind Ausscheidungen, bei denen die Fremdphase aus dem Kristall selbst gebildet wird. Hierauf werden wir beim Thema Nicht-Eisenmetalle im Zusammenhang mit der Ausscheidungshärtung von Aluminium noch zu sprechen kommen. Besonders geeignet für die Bewegung von Versetzungen sind sogenannte Gleitebenen. Gleitebenen sind durch zwei Eigenschaften charakterisiert. Erstens, es handelt sich um Gitterebenen mit möglichst hoher Atomdichte, das heißt geringen Atomabständen. Und zweitens, es handelt sich um Gitterebenen mit möglichst großem Abstand zur nächsten Parallelebene. Aus diesen Rahmenbedingungen ergibt sich eine möglichst niedrige Schubspannung, die für die Bewegung von Versetzungen notwendig ist. Diese Grafik veranschaulicht, wieso die erforderliche Schubspannung für das Gleiten von Ebenen mit zunehmender Atomdichte immer geringer wird. Aber nicht nur die Gleitebene als solche wird durch die Atomdichte bestimmt. Auch die Richtungen, in die die Gleitbewegungen passieren können, die Gleitrichtungen, sind dadurch charakterisiert, dass sie eine möglichst dichte Folge von Atomen besitzen. Die Kombination aus Gleitebenen und Gleitrichtungen wird als Gleitsysteme bezeichnet. Die Gleitsysteme sind für das plastische Verformungsverhalten der verschiedenen Gittertypen verantwortlich. Hierbei entscheidend für ein gutes plastisches Verhalten sind die Anzahl der Gleitsysteme und die Besetzungsdichte der Gleitsysteme. Für die drei wichtigen Gitterstrukturen der Metalle, KFZ, KRZ und HDP, bestehen in dieser Hinsicht kennzeichnende Unterschiede. In diesen Grafiken ist im KFZ, KRZ und HDP-Gitter jeweils eine Gleitebene mit den möglichen Gleitrichtungen eingezeichnet. Beim KFZ-Gitter existieren vier solcher Gleitebenen, die jeweils drei Gleitrichtungen besitzen, sodass sich insgesamt zwölf voneinander unabhängige Gleitsysteme ergeben. Im KRZ-Gitter existieren sechs Gleitebenen mit jeweils zwei Gleitrichtungen, sodass es auch zwölf Gleitsysteme besitzt. Wie bereits erwähnt ist neben der Anzahl der Gleitsysteme aber auch die Besetzungsdichte derselben entscheidend für gutes plastisches Verhalten. Auch wenn KFZ und KRZ-Gitter die gleiche Anzahl von Gleitsystemen besitzen, unterscheiden sie sich doch deutlich in der Besetzungsdichte der Gleitebenen. Diese ist im KFZ-Gitter höchst möglich, sodass Metalle mit KFZ-Gitter denen mit KRZ-Gitter bezüglich ihrer plastischen Verformbarkeit deutlich überlegen sind. Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied zwischen KFZ-Metallen und KRZ-Metallen bei temperaturabhängiger schlagender Beanspruchung, wie Sie sie bereits im nächsten Video kennenlernen werden. Mit sinkender Temperatur steigt der Gleitwiderstand besonders bei Metallen, die über keine dichtest gepackten Gleitebenen verfügen, stark an. Mit der Variation der Versuchstemperatur erhält man nach der Auswertung der Versuche deutliche Hinweise auf eine eventuell vorhandene Übergangstemperatur. Hierbei wechselt das Bruchverhalten in einem kleinen Temperaturbereich von einem Zehn- zu einem Sprödenversagensmechanismus. In hexagonalen Metallgittern gibt es nur drei voneinander unabhängige Gleitsysteme, sodass die plastische Verformbarkeit schlechter ist als die der Metalle mit kubischen Gittern. Die deutlich bessere plastische Verformbarkeit der KFZ-Metalle gegenüber hexagonalen Metallen lässt sich durch die größere Anzahl von Gleitsystemen erklären. Die deutlich bessere plastische Verformbarkeit der KFZ-Metalle gegenüber KRZ-Metallen lässt sich dagegen über die höhere Besetzungsdichte der Gleitsysteme erklären. So lässt sich festhalten, dass die plastische Verformbarkeit von KFZ-Metallen besser ist als jene von KRZ-Metallen und erst recht besser als die von Metallen mit hexagonal dichtester Kugelpackung. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Lehrvideo. KFZ-Metalle KFZ-Metalle